Jetzt endlich mal ein Treffer. Scheiße, jetzt sind wir aber auch ordentlich getroffen. Sollten wir vielleicht mal ein bisschen verschwinden. Scheiße. So, da kommt ein bisschen mit Feuer auf uns, Kamikaze mäßig. Von wo denn? Von sonst wo. Ja, Top Team. Ja, ich weiß, Mann. Lass mich. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play War Thunder. Heute wieder mit dem Panzern. Was gibt's Neues? Wir sind beim Erforschen des Tigers. Neu hinzugefügt haben sie den Maus. Können wir mal nach Vorschau zeigen. Sieht so aus. Einfach nur ein dickes Eisenschwein mit ultra fetten Ketten. Fetten Ketten. Yeah. Ja, cooles Teil. 188 Tonnen. Kein Leichtgewicht. Hätte ich gern. Dauert aber noch. Ja, machen wir mal ohne langes Geschwafel. Einfach eine Zufallsschlacht. Und gucken mal, was passiert. Dummdi-Dum. Kurze Wartezeit. Eroberung Karpaten. Jo. Dummdi-Dum-Dum-Dum. Neue Nachrichten. Fünf Stück. Was sind da los? Gegenstände. Achso. Ja, hier gibt's jetzt immer so tägliche Sachen. Wir haben diesen Bonus des ersten Sieges des Tages abgeschafft. Dafür bekommt man jetzt jeden Tag, wenn man sich einloggt, irgendeinen tollen Gegenstand, der dann halt auch, ja, Boni bringt, wie XP und so weiter. Also im Prinzip läuft's aufs selbe raus. Vermut mal sogar, dass man mit dem neuen System mehr, ja, mehr XP und mehr Geld rausholen kann. Entschuldigung. Alles mit dem alten, mit diesem Sieg des Tages. Wenn man denn, ja, viel spielt. Hier werden wir abgedrängt. Jetzt geht gar nichts mehr, weil wir klemmen. Sehr schön. So ein Idiot. Ich hasse solche Leute. So, dann versuchen wir einfach mal mit Richtung A zu fahren. Fahren ein bisschen im Graben, um Geschütz dazu sein. Nö, so. Was ist der denn für ein Eimer da hinten dran hängen? Oh. Hey, 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 hey. Unsere Leute erobern schon den Punkt A. Da sind die ersten Gegner zu sehen, schauen ob wir die wirklich sehen können, nö, den vielleicht, ja, Feuer frei, nicht getroffen, schade, wir fahren erstmal weiter, das ist ja alles noch zu weit weg, da fährt er mal vor und zurück und schießt mal kurz und versteckt sich wieder, vorne mal mit Richtung Berg, so ein bisschen, so, tschau, wenn die weiterhin nicht angreifen, dann wird das wohl ein schneller Sieg für uns werden, da sind sie, da kommt einer, wir stehen komplett scheiße, besser, schießen wir natürlich so, ah, Mensch, ja, weiter geht's, hinter uns ist schon einer, oder? Ne, doch, ne, doch, keine Ahnung, wir sind doof hier auf der Schräge rumzufahren, hm. Scheiße, warum schieße ich denn so schlecht, warum werden wir getroffen, jetzt, endlich mal ein Treffer, scheiße, jetzt sind wir aber auch ordentlich getroffen, sollten hier vielleicht noch ein bisschen verschwinden, scheiße, so, da kommt es mit Feuer auf uns, Kamikaze mäßig, uah, 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 von wo denn? Ha, von sonst wo, hm, ja, top team, ja, ich weiß man, lass mich, hm, 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 hm. Jetzt wird alles besser mit unserem Lieblingspanzer hier, mit dem haben wir auch Artillerie-Support, Hm. Hm. Ich habe von irgendwo eine Abschusshilfe bekommen, keine Ahnung, wegen was und für was. Ich habe sie uns hier fehlgeschlagen. Die Meldung ist auch neu. Was ich denn noch treffen können, darf ich noch mal da hinten steht er. Da ist er. Hauen dem auch mal eine Art Hallerie mit drauf am besten, fahren wir einfach mal in die Richtung. Ok, Otterlovi trifft, wir hätten noch eine, oh ne Bombe, nein, nein, oh, Glück gehabt. Oh, hör auf, Artillerie leistet ganze Arbeit, fahren wir da einfach noch eine rein, so. Boah, fuck. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man da nicht mehr schießen kann. Ah, jetzt müssen wir auch noch reparieren hier die Bude, mitten auf dem Feld, stehen natürlich äußerst ungünstig. Hä? Na gut, standen halt wirklich Mist. Hätte vielleicht erst noch irgendwo anders hinfahren sollen, bevor ich anfange zu reparieren. Tja, was nehmen wir noch, was nehmen wir noch? Es waren viele Flugzeuge unterwegs, oder? Ja, wir haben eh so gut wie verloren. Viel macht es nicht mehr aus. Tja, Leute, war jetzt nicht so wahnsinnig cool. Versuchen wir einfach noch eine Runde. Ja. Probieren wir einfach noch eine Runde. Schlimmer kann es fast nicht werden. Na ja, kann eben mal gut laufen, auch mal schlecht laufen. Schwer vorherzusehen. Oh, gleiche Map, verdammt, wie abwechslungsreich. Tipp, 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 tipp. So. Wir starten diesmal gleich mit dem. Machen wir mal das altgewohnte. So, los geht's. Ja, aber diesmal sind die Punkte ein bisschen besser verteilt. Ich weiß nicht, ob wir zu C vielleicht versuchen kommen und versuchen sollten zu fahren. Da ist auch meistens viel los. Ja, fahren wir mit hier raus. Richtung B. Schauen wir mal, was da passiert. Auf jeden Fall erstmal geschützt durch Steine. Bäume umfahren ist eigentlich nicht so die prima Idee. Da hat der Gegner in etwa schon eine Ahnung, wo wir sind. Versuchen wir einfach uns weiter vorzukämpfen. Uh. Schnell weg hier. Weg hier. Okay, das hätten wir. War super knapp. Aber wir haben es geschafft. Wir feuern Artillerie raus. Da hin. So, verstecken wir uns hier. Hinter diesem Frack. Schauen wir mal, was wir von hier aus ausrichten können. Nicht viel. Ah. Was. Oh, Mann. Mit einem Schuss. Verdammig. Wir hätten noch ein Stück vorfahren müssen. Nein. Miest. Naja, der Versuch war nicht schlecht. Ähm, ja. Mann, 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 was für eine coole Folge hier. Ja. Hahaha. Erfolg auf der ganzen Linie werde ich sie vielleicht nennen. Oh, Mann. Okay. Hmm. Tja. Oh, Mann. Ich bin heute mal schuld. Tja, schauen wir mal, wir fahren einfach nochmal zu diesem Punkt, hätte vielleicht doch zu C fahren sollen, um ein bisschen Erfolgserlebnis zu haben, ui, jetzt klicken wir wieder ein Bäumchen weg hier, steht ein verlassener Panzer rum. Wir werden beschossen, schießen wir zurück. Jawoll. Was ist denn los bitte? Was ist denn bitte los? Meine Panzer sind aus Pappe. Krass. Ein Schuss, Bäm, tot. Okay, probieren wir es mal, ja, nehmen wir mal den Jagdpanzer, Leute. Wenn das jetzt auch noch genau so fällt, dann, ja, dann war es das hier für heute erst mal. So, ein Schrott. Das ist natürlich nicht gerade der schnellste hier. 14 kmh. Im Geschwindigkeitsrausch befinden wir uns. Tunnelblick. Verobere die Ladung, ja, es ist jetzt genau in der anderen Richtung. Prima. So, Leute, die Spannung steigt wieder. Werden wir es diesmal schaffen, ein Stück weiter vorzurücken. Da sind schon wieder die, die mich killen wollen. Oh, die sind hier ganz in der Nähe. Wie kacke ist das denn bitte? Die beschissenste Folge überhaupt. Das kann er wohl. Also, ehrlich, Leute. Super Update. Big Guns. Klasse. Macht jetzt viel mehr Spaß, das Spiel. Muss ich sagen. Nee, also, ja, ich hatte ja jetzt auch eine Weile Pause gemacht. Ich muss mich da vielleicht einfach wieder neu reinpuchsen. Keine Ahnung, woran es jetzt lag. Das ist ja nun wirklich blamabel gewesen. Ich werde es trotzdem so hochladen. Man soll ja sehen, dass es auch mal scheiße laufen kann. Okay, Leute. In diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag. Ihr könnt ja vielleicht trotzdem einen Daumen setzen, wenn es euch gefallen hat, auch mal den Fail zu sehen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020